. Wir haben ein paar Gespräche mit den Regeln der Serbien und wir haben einen Grund, dass diese Gespräche sehr konstruktiv sind und ich hoffe, dass wir ein paar Sicherungen und ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, dass unsere Anliegenze zu begeten, in einem sehr lange Zeit. Aber ich bin ein bisschen unbefaltender, weil der Minister der Bildung des Serbien nicht hier war. Ich denke, dass das ein Schandal für uns ist. Ich denke, dass er, dass er in unseren Augen ist und er nicht will, dass wir uns jetzt treffen. Ich werde die Repräsentation von meinem Land, von meinen Menschen, und werde ich alle progressive und demokratische Kraft in der Welt unterstützen, um unsere Begründung für die Demokratie in Serbien zu unterstützen. Nein, nein, nein. Herr Milošević ist in der Vergangenheit. Er ist mehr isoliert und isoliert. Und wir haben unsere Strategie, unsere Taktik und wissen, was wir wollen. Ein volles Regulierung des Resultates von November 2017. Die Verantwortung für die Krise, die Anliegenungen gegen die Menschen. Die Verantwortung für die Menschen, die die Anliegenungen haben, die Anliegenungen des Resultates, die freiwillige Medien und freiwillige Presse. Und nachdem, wir können die Dialog starten. Bis zum nächsten Mal. Nein, keine Anliegenungen. Nein, keine Anliegenungen. Die Anliegenungen des Resultates. Das ist eine Anliegenung. Ja. Das ist eine Anliegenung. Nein, keine Anliegenungen. Nein, keine Anliegenungen. Ja. Ja. Das ist eine Anliegenung. Das macht alles, was nicht mehr an, dass man leer ist. Was nicht mehr das? Ja.